hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge zur nächsten folge um es genau zu sagen sein und so von papas bakery bei mir francesco und ich würde sagen wir machen direkt weitermittag zwölf und bruna romano polka.crust bruna romano toffee und polka.crust wie auch immer die auf den namen gekommen sind kicke oder akari ist weg kicke oder kicke oder kicke oder kicke oder kicke oder L-E-D-U-A-R-D-O So, dann... Wir haben ein bisschen von... Und hier... Hm, jetzt der schöne Sirup. Und auch von den Keksen. Wundervo! Äh, neun Bananen! Oh man! Und wir bekommen direkt noch weiteres goldene Rezept. Wir haben bald gleich zwei goldene Rezepte. Ei, ei, ei. Ach ne, Moment. ... Akarii! war es wirklich klar, dass wir das diesmal nicht mehr schaffen bei den doppelten Dinglens Rezept und so nachdem ich es gecallt habe, dass wir das ja machen können, dass wir es schaffen könnten ich musste ja so kommen, dass wir es dann nicht schaffen so 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 interesting so 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 Ich glaube wir räufen uns mal Geld an, erst mal. Nicht nur, dass wir halt dieses eine weitere Achievement freischalten und dann in einen strengen, den müssen wir upgraden können, sondern auch, dass wir ein bisschen Geld hier über die Eise legen können. Für besondere Zeiten. Oh, Penny ist da, was wir ganz vergessen haben. 14,10 Euro. Jahrzehunderte. Jahrhunderte. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh 98% korrekt Kein neues Level Aber im nächsten Mal Oh nein, will ich nicht spielen. Ich mag es nicht. Ich kann es nicht. Deswegen mag ich es auch nicht. Das ist immer noch ein neues Jahr. Plus 2 Tickets Auch nicht schlecht Weiter mit Tag 13 Ichipi Wie haben Ichipi 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 Ichip Ichipi 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 Das war's für heute, dass ich heute noch ein paar Jahre alt bin. Das war's für heute. Das war's für heute. und Lille Eduardo war glaube ich seitdem er das erste Mal aufgetan hat, also jeden Tag glaube ich da sogar und wird demnach auch schon StarCustomer, holy shit das ging mal richtig schnell bei ihm da hat jemand wohl ein neues Zuhause gefunden hier bei uns Banane und dann noch acht weitere genana woosh, ein bisschen Preis Nein! Probieren wir mal so. Nein! Nein! Warmen noch kurz auf. Geht aber nicht so gut raus. Vielleicht schon bleiben. Und weg damit. Haben wir Brun? Nein. Haben wir Brun Romano? Wow. Oh. Oh. Boah. Ich freue mich auch schon richtig auf diesen Kack da wieder. Mensch. Alles. Star Customer. Der nächste. Oh. 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 Ich ... Dull ... Dull ... Waaah ... Wow! Jetzt war ich richtig schnell hab ich das Gefühl. Naja gut. Dann warten wir halt, das ist gar kein Problem, sind wir geboren zu werden. Dann, ach du heilige Scheiße, jetzt sind es aber echt am Übertreibende. Ähm... Und vier von diesen bunten Keksen reichen noch komplett aus, so ist es komplett überladen irgendwie. Meiner Meinung nach zumindest. So muss das sein. Perfekt beim Peniblen. Meine Güte, das ist eine richtige Woche der Perfektion. Fuuuuh. Oh, lass uns sehen, äh, Polka-Dop-Pare. Äh... Da, 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 da... Ja, wie war das nochmal? Das war's. Bananagan. Nice. Eieieiei, okay, jetzt bin ich los. Ich guck. Da, da, da. Da, da. Da, da. Da, da, da. Da 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 da... Ja. Äh... Was war's noch? Da und dann noch da? LOL Jetzt schon mal auf alle Fälle. Oh mein Gott. Da gegen, 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 da gegen. Da gegen, dann da gegen, da gegen, da gegen, da gegen, da gegen, dann da durch, dann gehen wir da gegen, dann geht das nur noch da. Da gegen, 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 da Das können wir wechseln zu Jerry Dingens, Bommens, Stabommens und so. Und machen weiter mit dem Zartag. Robby! Cheesecake-Filling, oh mein Gott. Abit-Station. Abit-Station. und klatsch neuer star customer wunderbar so wie es sein soll rikos auf ihr da Na komm. oh mein Gott das scheint das hier zu sein und dann offenbar das da drauf richtig jawohl ich will nicht wühlen Nee, ist gut, aber auch nicht übel, ne? Oh mann... Rippaugen... Das ist eher Gehirn... und Augen... Oh, holy shit! Können wir echt kommen und gucken, ne? Leck, guck mir hier... Juhu, Akari! Und Akari wird auch ganz neule Dings-Customer! Das freut mich ungemein! So, äh, das... Oh, perfekt! Und hier drauf, das und in die... Ohhhh... Wow! Und da... Ohhhh... Ich bin da, der immer noch... Oh, großartig! Das war's für heute. Sehr schön. Das ist wiederum. Ay aie 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 Knopf 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Müssen wir das Geschenk übergeben? Ja... Und alle Valentines dagegen, die wir schon haben, hinstellen. Was offenbar ganz viel ist, nämlich nix. Ah doch, der weiße. Äh, Kleidung haben wir auch offenbar nix Valentines mäßiges. Dann wird da erstmal nen Shopkauf. Und wir haben es nicht! Wir sind jetzt auch, weil es nicht so gut war. Noch mal, da so werden. Nachrichten an, wenn sie nicht zum Zitzen gehen! Oh, das ist dein Ziel. Und diese 생각이 an, wenn sie nicht machen können. Also, die müssen wir halt hier sein, wenn sie nicht so gut ist. Und nun wird alles gut vers hopefully. Und das ist, dass alle K LAUNEEN Translationen espert. Kleidung. Kleidung, 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 Kleidung. Kleidung, Kleidung. Kleidung, Kleidung. Kleidung, Kleidung. Kleidung, Kleidung, Kleidung. Kleidung, Kleidung, Kleidung. Kleidung, Kleidung.